Ja, das ist toll! Remember, leave no one behind! Secondary here. Scanners have picked up a glyphic dreadnought cocoon cluster, so we're sending you in to take care of it ASAP. Take those big bastards out before they force us to shut down everything in the area. Big bastards. Big booty bastards. Yep. Oh my god, come here. Lighting up! Oopsie, oopsie! Goa! Da hab ich uns mal hier durch, wa? Na, hinter uns ist auch noch ein Nitro und so. Also ich würde erstmal das Nitro abbauen. Weil hier liegen ja jeder mehr rum. Ach, da oben ist ja auch noch was drin, okay. Awww. Ach, und hier geht's runter, okay. Oh, okay. Oh, okay. Einer von den großen. Ach du kack. Ja, warte mal. Ah, noch nicht da runter. Ähm. Ich mach mal... Hier hin. Oh, Alter. Pass auf, wohin du schießt. Pass auf, wohin du schießt. Ja, ich hab das noch nicht anschießen wollen. Wenn du da bist. Weil, den, den, äh, kokon musst halt auch anschießen. Und dann platzt der und dann kommen die Arschlöcher. Mhm. Das würde ich erstmal aussetzen. Genau, da kommt so ein Muffin. Von Mops. Ja, äh, wo ich hier reingegangen war, da gibt es auch noch, äh, einen ganzen Gang. Genau da. Okay. Kannst du hier runter gehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da unten ankommt. Ja, das... Die werden... Bestimmt... Nein, zusammenhängen können die mehr. Ah, Spawner. Ja. Egal. Hallo. Klopp, klopp. Ist nix. Braut nix. Einmal Führerschein und Fahrzeug. Geht, Monsters! Du hast es richtig zwischen den Augen. Alter Schwede. Mann, jetzt bin ich echt zu fett für den Durchgang hier. So nicht. Hier gäbe es, äh, Leben? Zucker? Ähm. Super oi. Wenn es hier runter geht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir gleich bei einem Ufer rauskommen. Ah, Perle. Äh, naja, wir sind ein bisschen dran vorbei. So. Perle holen. Ohli. Ohli. Ja, aber der wird wahrscheinlich dann in die Richtung hoch irgendwie. Hm. So, hier geht es aber auch nochmal rum. Ja, jetzt bin ich auch lang gelaufen. Äh, äh, äh. Didi, didi. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Was ist da unten gesagt? Was ist da unten gesagt? Die Thorra Honigwaben. Was ist da unten gesagt? Äh, ey. Für die Geschichte. Gift, Gift, Gift. Wo geht es denn hier noch rein? Alter, so viel Durchgang hier. Der Vorteil ist halt hier auf den Maps nur, dass du den Sand halt super einfach weggeschaufeln kannst. Stimmt. Sehr viele interessante Gänge die hier sind. Warum liegt hier so ein Gerippe? Da ist halt irgendwas gestorben. So und da hinten gibt es noch... Aber ich glaube das ist da wo ich schon mal war. Ja, das ist das war schon... Hey, da sind so viel von Kafflingern. Was ist das Swarm? Swarm? August 2. Da müsste man jetzt unter dem Ding fast rauskommen. Äh, es geht aber weiter runter. Junge, was in Höhlen gebildet ist, ist ja unnormal. Okay, das bringt es nicht. Ich würde fast sagen, wir graben uns einfach mal, weil es ist gerade mal 18 Meter weg. Wir graben uns hier einfach mal durch. Stimmt, da kann man... Dann haben wir vielleicht so ein bisschen eine Verbindung hergestellt. Die Wege der Zwerge sind ungründlich. Ja. So, wir kommen mal kurz in den Scanner. Äh, bisschen rechts jetzt. Ah, Vorsicht! Was? Hätte ich erwischt oder was? Oh! Oh! Ja! Alter! Genau! Oben sind noch was Secondary Ads. Äh... Ganz geil hier. Morley! Over here! Morley! Ja, Praetorian da unten. Nech. Und hier kommt auch irgendwas an. Boah! Ich bin erschrocken, Alter! Ah, hier kann ich nur schicken. Oh, jetzt weiß ich woher der arme Beutekäfer kommt. Ja. Dann sag, wenn du soweit bist. Hm, hier ist auch noch schön. Hier, Holomalt! Holomalt! Äh, ja, Kamera! Abfahrt! Ich seh das Ding von ihr gar nicht. Scheiße! Ich seh den von hier nicht. Ah! Bei mir kommt irgendwas an, glaub ich. Hm. Macht das jetzt Sinn, wenn ich hier stehen bleibe? Kommen da noch mehr, oder? Ja, ja. Ist egal. Passt schon. Ne, der kommt nicht mehr. Ist nur der. Okay. Sag, wenn er zu mir hochkommt, weil ich seh... Ja, er kommt zu dir hoch. Er kommt zu dir hoch. Sollte ich abhauen? Aber er... Nö, nö. Bleib. Er kommt ja auch immer wieder zu mir. So, Schwachstelle ist exposed. Und er kommt nicht mehr. Er kommt zu dir. Aua. Ich höre mich grad vorm Bildschirm in die Ecke. Ich kann den halt teilweise echt mal auf den Fuß schießen. Ist er hin? Ist er tot? Hat er oben. Au! Hab ihn. Schön. Spawnern? Spawnern? Ah, bei mir auch. Ach so, ich fühle mich jetzt da sehr hoch. Ah! Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das sah echt creepy aus, ey. Ah, ich erschrecke mich doch jedes Mal mit dem. Ja, verständlich. Blech. 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 Viech, kleines Stück bei dir? Kleines Stück, ja. Aber der ist eigentlich richtig gekillt, oder? Äh, das, was, der dich hochgezogen hat, den hab ich richtig gekillt. Das sah zumindest so aus. Ach da. Ja. Das ging schnell. Da oben ist das Kokomo. Der muss halt die Schwachstellen. Ah, da unten ist so ein Sandwind, Sandsturm. Ja, genau so'n Ding. Hm, wo lohnt's sich's denn mal für mich hinzugehen? Tja, so richtig viel. Gibt's hier glaub ich auch nicht. Es sei denn da unten ist noch irgendwas. Da liegt noch ein bisschen Gold rum, aber das ist halt heikel da. Mit den, äh, Sandsturm-Dingers. Ah, eben das ist das Problem. So, hier dürfte jetzt was gespawnt sein, da sind sie. Oh! Sterbi. Ah, ich versuch mein Glück. So, wir können... Warte. Ich warte auf dich. So. Ah, ich wohne auch schnell hier Gold und Dreck. So. Dann würde ich sagen... Abwart. Bist du weit? Jo. 3, 2, 1. Wo ist er denn? Hat er. Ich glaub der will zu mir. Äh, komm ich noch nicht. So. So. Nö, 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 nö. Geh mir weg. Wie so ein Arsch, ey. Wie das Ding auch hinterher wackelt. Masse, ey. Oh, oh. Äh, ich glaub der will sich. Der hat was Ding nicht. Oha. Ha. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Weg genutzt haben wir den. So. Ammo? Was? Ja, ich würd sagen dann... Zurück, oder? Hol den noch dein... Dein Ding an. Ja, mach ich eben noch. Und dann können wir... unten liegen noch ein bisschen... Nee, wobei... Hey, da ist ein Ventil. Äh. Warte, ich genau. Muss ab. Ah, egal. Du kannst den Notfall erstmal noch am Pott. Ah, stimmt. Ich weiß nicht, ob ich noch was hab. Aber es war eben so schnell, deswegen ging ich das noch nicht. Siehst du da unten mittig? So, die sollen mich mal hochpusten. Dann hab ich halt Bock drauf. Wuhu. Au. Ich bin im Spawner. Ah. Scheiße. Scheiße. Einmal. Einmal nur mit Profis. Ach. Die Profis hier. So. Äh. Geht's hier überhaupt durch? Nee. Der läuft woanders lang. Ich glaub jetzt einfach dem Mew hinterher. Oh, der ist auch ein dicker. Ah. Na pareil. Durchfall. Watch your fire moron. Move it. Don't shoot me. Oops. Sorry. Die wurde ein ganz schönes Stück gegraben, ey. ploy. Hm. Kannst du noch mal ein Licht unten machen? Ja, wenn ich da nicht so viel gemäßigt werde. Noch her, alter! Scheiß, sicher! Danke. Okay, naja, der geht noch woanders lang. Dann schließen wir uns immer da runter. Oh, was braucht man schon mal? You want some more? Ich liebe diese Sprüche, ey. Der Dialekt ist halt schon so gut. Kommst du? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wo der lang gelaufen ist. Das ist ja richtig fies, guck mal. Oh, nee, ey. Haben wir uns hier durchgegraben fallen? Ja, doch, klar. Mann, alter. Kackviecher. Jetzt häng ich hier irgendwo gemüse fest, ey. Na gut, das schaffen wir aber. Das hier schon der Drop-Pod. Äh... Äh, wohin mal. Ach, die Rampe ist da hinten. Ja, aber trotzdem, du kannst ja hier mit dem anderen, äh, sein, dass du gespannt bist drüber. Ich hab keine Mundi mehr. Ja, sehr cool. ARD Text im Auftrag von Funk Bis zum nächsten Mal.